Hey Leute, hier euer Toso. Nur eine kurze Info, die Videos 4, 5 und 6 behandeln eigentlich nur die Hintergrundinformationen dieses Spiels. Wir unterhalten uns da mit den ganzen Leuten im Center und hören uns da auch an, was es da zu sagen gibt, untersuchen das Gebäude und es gibt nicht viel Action. Also wer auf Action steht, sollte bei Video 7 wieder einsteigen. Ansonsten, ja, sehen wir uns dann gleich jetzt wieder. Okidoki, bis gleich oder bei Video 7. Euer Toso. Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Lesbe Angezer, Dös Ex und wir haben da Informationen gesammelt, mit jedem gesprochen. Sind Sie der Sicherheitschef? Jensen? Ich bin Watson, bin neu hier. Äh, ich habe gehört, die haben Sie vor 6 Monaten quasi neu gebaut. Cool. Uns wurde gesagt, Mr. Seraph hätte Sie für die Operation im Milwaukee Junction angefordert. Hätte nicht gedacht, dass Sie so schnell wieder auf den Beinen sind. Jedenfalls freue ich mich auf die Zusammenarbeit. Ok, ich auch. Gut so, wir müssen da zu dem Heli, aber ich habe da unten, Leute, ihr werdet mich jetzt steinigen, ein paar Leute gesehen, die ich noch befragen werde. Das glaube ich einfach nicht. Warum zum Teufel greifen wir uns alle an? Wissen wir überhaupt, wer diese Typen sind? Wissen die das? Einige Firmen verstehen keinen Spaß, wenn es um Industriespionage geht. Ok, du? Adam Jensen. Mr. Seraph hat für die Sache wohl seinen Experten geholt. Was? Ich bin erleichtert. Die Konkurrenz wird sich darauf stürzen, meinen Sie nicht? Noch ein Angriff auf Seraph Industries. Und der Aktienkurs wird einbrechen. Die haben alle Angst um ihre Marie. Ja, klar. Uh, das ist unser Gebäude. Cool. Da vorne noch die und dann geht's los. Wo ist denn der hin? Da sind doch noch ein paar Jungs herumgestanden. Aha, da. Und du, Raucher. Adam, sind Sie wegen Milwaukee Junction hier? Da ist offenbar eine Horde Vandalen eingefallen. Ok. Zwei Angriffe in sechs Monaten. Ok. Sieht nicht gut aus für die Firma. Aber ich habe keine Lust, mir in der derzeitigen Lage einen neuen Job zu suchen. Wissen Sie, was in der Fertigungsanlage los ist? Ok. Da gab es vollen Einbruch, habe ich gehört. Ok. Einmal noch. Einige unserer Leute arbeiten dort. Heiße Endphase bei einem Auftrag. Hoffentlich sind alle ok. Ok. Heiße Endphase bei einem Auftrag. Und Milwaukee Junction. Und dort wurde eingebrochen. Und ja, du, Schnucki. Die kommt auch gut. Willkommen zurück, Jensen. Hätte nicht gedacht, dass wir Sie schon so schnell hier wiedersehen würden. Sie wissen ja, wie's läuft, Malek. Die Pflicht ruft. Und ob ich das weiß. Ich war in meinem Wingsuit auf halbem Weg zur Spitze des Renaissance Center, als der Notruf reinkam. Aber Sie? Sechs Monate sind eine kurze Zeit für eine Rückkehr von den Toten. Sicher, dass Sie bereit sind? Na, überhaupt nicht. Ja, wir sind da einfach auf Aggression. Wollen Sie damit andeuten, ich wär's nicht? War nur ne Frage. Ich war eine von denen, die Sie aus der Scheiße rausgezogen haben. Ich möchte Ihre Erinnerungen nicht geschenkt haben und schon gar nicht jeden Tag damit aufwachen müssen. Es geht mir gut. Wie Sie meinen. Der Boss ist bereits an Bord und diskutiert mit dem Taktik-Team vom DPD. Sie haben die Fabrik umstellt, aber Mr. Seraph möchte, dass Sie zuerst reingehen. Sind Sie hier fertig? Denn je früher wir starten, desto besser für alle Beteiligten. Äh, ja, natürlich. Ich glaub, wir sind schon bereit, okay? Ich bin bereit. Wunderbar. Dann wollen wir mal. Hey, cooler Henning. Wegschiff. Okay, Leute. Wir haben jetzt wirklich die Informationen, die wir brauchen. Vor sechs Monaten hat uns der Typ zerlegt und Seraph Industries hat uns zusammengebaut wieder. Wir werden wahrscheinlich jetzt total modifiziert sein und können die Implantate, diese Augmentierungen auch wieder upgraden, nehme ich an. Acht Menschen, Adam. Acht gute Männer und Frauen, deren einziges Verbrechen es war, heute zu arbeiten. Dafür haben sie diese Pro-Human-Puristen umgebracht. Alle? Sind Sie sicher? Wenn wir Glück haben, lebt die Werksleiterin noch, Josie Thorpe. Sie haben sie gebraucht, um in den Verwaltungstag zu kommen. Aber das SWAT bezweifelt, dass sie noch lebt. Das werden wir ja sehen. Also was genau suche ich hier? Wer sind diese Typen? Wie gesagt, Pro-Humane-Puristen. Dieselben Puristen, die landesweit Limp-Kliniken mit Brandbomben beworfen haben. Sie sind eingebrochen, kurz nachdem wir den Typhoon zur Vorbereitung der Massenfertigung hergebracht hatten. Den Typhoon? Den hat Megans Team an dem Tag getestet als dieser Drecksker... Wer führt diese Typen an? Adam, ich... ich weiß, dass Sie und Megan einmal... Wer führt die Typen an? Er heißt Sanders. Das ist er, da. Aber er ist nicht augmentiert, Adam. Er kann also keiner der Söldner sein, die uns attackiert haben. Er hatte aber kein Problem damit, Unschuldige zu töten. Ja. Und er wusste genau, wie er in die Fabrik reinkommt. Und wie soll ich gegen ihn vorgehen? Gar nicht. Zumindest im Moment. Die Bergung des Typhoons hat oberste Priorität. Ich kann das SWAT erst reinlassen, wenn Sie ihn haben. Wie Sie dabei vorgehen, überlasse ich Ihnen. Tödlich oder nicht. Aha, aha. Leute, da können wir wieder entscheiden. Was machen wir da? Ich werde kein Risiko eingehen. Ich will da drin kein Feuergefecht. Ich will sie nur neutralisieren. Okay, das machen Sie so. Ich werde da drin keine Schießerei anfangen. Ich will sie nur neutralisieren. Okay. Aber sorgen Sie dafür, dass die Mistkerle nicht aufwachen und ihre Freunde warnen. Oh weh. Fehler. Wissen Sie noch, wie es da drin aussieht? Zahlreiche enge Gänge. Aber die Labors selbst sind eher weiträumig. Mit hohen Decken. Wollen Sie was für größere Entfernungen oder lieber was für kurze Distancen? Wir arbeiten. Was heißt das? Dem sind wir was für größere Entfernungen. Betäubungsgewehr. Je näher, desto besser, würde ich sagen. Elektroschockpistole. Fuck. Was soll denn das jetzt? Wir werden da, glaube ich, ein wenig schleichen. Okay. Ja. Und deswegen werden wir aus der Entfernung die Leute betäuben. Oh. Okay. Geben Sie mir was für größere Entfernungen. Wenn ich näher rankomme, schalte ich sie von Hand aus. Aber machen Sie bitte nichts Wertvolles kaputt. Der Typhoon müsste in den Produktionslabors sein, aber Frank wird Ihnen unterwegs mehr sagen. Er übernimmt die Kommunikation. Großartig. Sonst noch was? Halten Sie die Augen nach Josie offen. Falls möglich, befreien Sie sie. Aber der Typhoon hat absoluten Vorrang. Wir haben ihn für die Geheimdienste entwickelt. Und wenn wir ihn nicht unbeschadet liefern, solange er noch geheim ist. Egal. Sie werden das schon machen. Hahaha. Gentlemen, fertig machen zur Landung. Das war's. Das ist eher cool. Ja, ich brech weg. Okay, Leute. Und mitten im Feuerstrahl rein. Na klar. Ein normaler Helik. Wir müssen da jetzt rein. Aber ich glaube... Ja. Mussten wir wegen Ihnen warten? Ihnen ist hoffentlich klar, dass Sie und Ihr Boss die Geiseln auf dem Gewissen haben. Okay, haben wir. Wir wären rechtzeitig bei Ihnen gewesen. Aber ich schätze, Mr. Serif wollte irgendwas vertuschen. Haha. Noch einmal. Wir wären rechtzeitig bei Ihnen gewesen. Halten. Warum zum Teufel hält Ihr Bus und so? Weiß er nicht, dass er mit dem Leben seiner Leute spielt? Jetzt erfährt garantiert niemand mehr, was da drin los war. Sie machen mich krank. Okay. Was ist das? Okay. Ähm. Ich wollte kurz einmal da reinschauen, was es da alles gibt, bevor wir da jetzt die Geiseln, die noch leben, befreien im Fall. Aktiv. Äh. Das... Primärzähler, Fertigungsanlage betreten. Okay. Das haben wir auch. Waffenausrüstung. Wir haben da dieses Betäubungsgewehr. Pro Navigation, Menü öffnen. Was kennen wir da? Was heißt das? Betäubungsgewehr... Oh, 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 oh. Das wird noch kompliziert. Ich sehe das schon kommen. Betäubungspfeile, Betäubungsgewehr. Aha. Okay. Das nächste, was ist das? Oh, das wird interessant. Schädelaugmentierungen. Oh, das müssten wir fast alles durchlösen. Leute. Rumpfaugmentierung. Arm. Und da drüben haben wir Augen. Oh, das wird kompliziert. Ah. Na gut. Ich denke, wir machen hier einen kurzen Schnitt, bevor wir die Geisel befreien. Und... Ja. Was haben wir da? Ah. Und sehen uns, hoffe ich, beim nächsten Video wieder. Wenn es heißt, wir schleichen und betäuben unsere Gegner. und befreien da ein Mädchen und holen uns zurück, was unser unser ist. Ja. Okay, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich lese mir das mal kurz durch. Euer Doso. Bis gleich. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.